Moin Leute, Kralle hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Heute ab nach Freedom's Progress und das Verschwinden der Menschenkolonien untersuchen. Let's go. Ach, Missionszusammenfassung vom letzten Mal noch. Ah, okay. Boni importieren. Sie haben die folgenden Boni erhalten, weil sie einen Charakter mit Stufe 60 nach Mass Effect 2 importiert haben. 4.000 Erfahrungen, Start bei Stufe 5. 150.000 Credits, nice. 10.000 von den 4 Ressourcen, die wir in diesem Spiel brauchen. Sehr viel Vorbildpunkte und ein paar Abtrünnigpunkte. Ja, das passt aber. Granatwerfer und ein paar Credits, die wir gefunden haben. Okay. Das hätte ich auch noch letzte Folge machen können, aber jetzt ist auch egal. Äh, andere Kolonien... Ach ja, wollte ich ja nicht vorlesen. Was findest du in den anderen Kolonien? Nichts. Keine Anerkennung, keine Anerkennung, keine Anerkennung. Keine Anerkennung, keine Anerkennung. Keine Anerkennung, keine Anerkennung für uns eine Anerkennung. Sie einfach... verheben. Und wir haben keine Anerkennung für sie nach. Was macht dich, dass diese Anerkennung ein bisschen was neu ist? In anderen Kolonien, Anerkennung der Anerkennung vorliegen. Die Anerkennung, keine Anerkennung, keine Anerkennung, keine Anerkennung vorliegen. Ich gucke schon wieder so grimmig. Ich packe ich erstmal weg. Neue Waffen. Zerbrus hat zusätzliche Waffen. Moment. Vielleicht doch einmal kurz ausrüsten. Äh... Ein Augenblick. Ah, okay. Da war der Fehler. Gut. Handmunition und synthetische Munition. Was haben wir noch für Waffen? Alles klar. Wir haben eine Schrotflinte. Wir haben die gute Avenger. Einen Sniper. Und halt unseren Raketenwerfer. Na gut, wir sind Soldat. Wir kriegen alles, äh... Bei anderen Klassen kriegt man, glaube ich, weniger Waffen, weil man damit nicht ausgebildet ist. Das sind alle. Sieht mir aus wie eine Bergbau-Kolonie, ne? Das ist ja alles so... Ja... Sieht aus wie ein... Wie ein großer Berg... Warte. Quarry? Stein... Steinbruch. Kein Licht. Eine Taschenlampe haben wir nicht, ne? Reiße Quellen. Geothermalische Quellen. Ein Heulen in der Ferne. Da vorne geht's doch auch noch rein, ne? Nein, geht's nicht? Weil wir da so reingucken können. Oder ist das einfach nur... Schönes Ambiente? Hm. Okay. Oh, was haben wir hier? Ersatzteile bergen. 1000 Credits. Nice. Oh ja. Bitte auch mal die Disruptor-Munition. Okay. Oh ja. Ich bin in front. Das ist nicht mein Ziel! Kopf schon down. Okay. Weniger gut. Ja, wir bleiben erstmal bei der Pistole. Ja, aber wir packen es trotzdem mal weg. Ich hätte gerne Taschenlampe. Nee, hiermit hat man keine. Unsale. Doch, das sollte ich schaffen. Na. Hallo, anklicken bitte. Hat die ersten beiden Klicks nicht übernommen. Ich dachte schon, was ist jetzt los? Ach ja, ich muss jetzt langsam mal mehr die Fähigkeiten benutzen. Beim ersten Teil war es noch nicht so nötig, aber jetzt beim zweiten werde ich definitiv mehr meine Fähigkeiten benutzen müssen. Variana? Oh, Tali. Wait, Shepard? Ich bin nicht mehr so, mit Serberus operativen. Put those weapons down! Shepard? Is that... You're alive? Remember when I gave you that geth data, Tali? Did it help you complete your pilgrimage? Yes, it did. Praza, weapons down. This is definitely Commander Shepard. Why is your old commander working for Serberus? I don't know. Maybe we should ask. I nearly died, Tali. Serberus spent two years rebuilding me. They want me to investigate attacks on human colonies. Likely story. No organization would commit so many resources to bring back one soldier. You haven't seen Shepard in action, Praza. Trust me. It was money well spent. Perhaps we can work together. We're here looking for a young Quarian named Vitor. He was here on pilgrimage. Isn't that a little strange? A Quarian visiting a remote human colony? Quarians can choose where they go on pilgrimage. Vitor liked the idea of helping a small settlement. He was always nervous in crowds. She means that he was unstable. Combine that with damage to his suit CO2 scrubbers and an infection from an open air exposure, and he's likely delirious. When he saw us landing, he hid in a warehouse on the far side of town. We suspect he also programmed the mechs to attack anything that moved. Vitor's the only one who can tell us what happened here. We should work together to find him. Good idea. You'll need two teams to get past the drones anyway. Now we're working with Serberus? No, Praza. You're working for me. If you can't follow orders, go wait on the ship. Head for the warehouse through the center of the colony. We'll circle around the far side and draw off some of the drones to clear you a path. Your people really don't like Serberus. What did I miss? They killed our people, infiltrated our flotilla, and tried to blow up one of our ships. That's not how I have explained it exactly. It was nothing personal. We can argue over who killed who later. Right now we've got a job to do. Agreed. We work together to get to Vitor. Make sure to keep in radio contact. We'll do. Good luck, Shepard. Whatever happens, it's good to have you back. Das hört sich schon an wie ein Kampf. Be careful, Shepard. There's a squad of security drones up ahead. Thanks for the warning. We'll take care of them. Oh. Ach ja, die Dinger explodieren ja auch noch. Dove Viecher. Halt. Batterie. Das Ding. Das C. Und das. Und das. Diese Art von Hacken ist noch einfacher, weil es da wirklich nur auf dem persönlichen Skill ankommt. Dass andere mit den Blockdateien suchen, ist leider etwas zu warm. Ey. Ich muss wirklich... Aber die benutzen doch auch... Das muss ich jetzt gerade mal nachgucken. Ach ja, wir können die Gruppe upgraden. Stimmt. Ah, was hast du denn? Überlastung. Boah. Verbessert mir dann das Kampffähigkeit. Gesundheit, Waffenschaden. Gesundheit der Gruppe und Waffenschaden der Gruppe ist nett. Schmettern. Hm. Nichts davon will ich unbedingt ganz viel. Deshalb rüste ich alles mal so... Gleichmäßig aus. Äh. Wieso kann ich... Ich werde Gruppenmitglied nicht loyal. Okay. Ja, machen wir es so. Zack. Hier denke ich mal genau das gleiche. Gesundheit und Waffenschaden. Allerdings nicht für die Gruppe. Schade. So, Brand Munition oder ziehen. Na, nehmen wir mal die Brand Munition. Gut. Und was ich jetzt eigentlich nachgucken wollte. Gameplay. Ja. Gruppenkräfte benutzen. Bei Aktivierung setzen Gruppenmitglieder im Kampf automatisch ihre effektivsten Kräfte ein. Ansonsten benutzen Mitglieder nur eher Defensiv- oder Munitionskräfte automatisch. Also es ist ein. Die müssten also die Kräfte auch automatisch benutzen. Shepard! Prasa und seine Squad haben auf die Hände geflogen. Ich sagte ihnen, warten, aber sie würden nicht hören. Sie wollen, Vitor zu finden und ihn wegnehmen, bevor Sie hierher kommen. Wir sollten das erwartet haben. Komm schon. Wir können sie trotzdem catchen. Richtung ihres Ziels? Ach so. Huch, ich hab ne Konsole. Ach ja, ich hab ne Konsole. Hier sind wir. Ich hab ne Konsole. Autsch. Wir benutzen das irgendwie nicht. Autsch. Und jetzt lernt man erst die Mechanik, dass man seine Gruppenmitglieder befehligen kann. Und jetzt lernt man ihn. ouch heavy armor plating those quarians never stood a chance this is gonna be one tough son of a bitch to take down the defense system is active Ach, einfach draufhalten. Er konzentriert sich auf mich, also hau mal drauf, Miranda. Oh, shit. Der ging drumherum. Das vergesse ich auch immer und immer wieder. Nee. So war das, ne? Ziel ist da vorne, das heißt, wir werden erstmal überall anders hingehen, nur nicht da vorne. Nee, ist doch da vorne. Eine richtige Karte wäre schön. Beschädigter Imi am Mech. So, ich denke mal, ja, da ist das Ziel. Gut. Das ist deine Chance, um Vitor zu finden, während ich den Wounded Shepard befinde. Er ist wahrscheinlich irgendwo in der Back of the Loading Bay. Okay. Ich will hier durch und gucken, ob hier noch was ist. Aber sieht nicht so aus, ne? Da war noch ein Med-Kit, aber das brauchen wir eventuell nicht. Ach so. 100, weil wir ja voll sind. Okay. Zero Kontakte! Na dann. Monsters kommen zurück. Mechs wird sich beschädigt. Sicher von Swarms. Sie müssen schütteln. Keine Monsters. Keine Swarms. Nein, 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 nein. Vitor? Nein, Vitor. Nicht hier. Swarms können nicht finden. Monsters kommen. Sie müssen schütteln. Keiner wird dich noch mehr schütteln. Ich glaube, er kann nicht hören, Herr Commander. Ich habe zu schütteln. Ich habe zu schütteln. Mechs werden schütteln. Swarms kommen. Storm. Du bist ein Mensch. Wo hast du dich? Wie haben sie dich nicht gefunden hast? Ich habe zu schütteln. Wer hat uns nicht gefunden hast? Die Monsters. Die Swarms. Sie haben alle genommen. Wir sind nicht Survivors, Vitor. Wir haben nur hier. Du wirst nicht wissen. Du hast nicht gesehen. Aber ich sehe alles. Es sieht aus, dass sich die Sicherheitsküttelung ausfügt. Er muss es zusammenfügt werden. Was ist das? Mein Gott. Ich glaube, es ist ein Kollektor. Das ist ein Kind von Alien. Es ist ein Spezies aus dem Weg zum Omega-4 Relay. Nur ein paar Leute haben einen in person gesehen. Sie arbeiten meistens durch Intermediärs, wie Slavers oder Hired Mercenaries. Wenn sie mit den Reapers sind, kann es erklären, was zu den Kolonien passiert. Die Kollektorien haben eine Technologie mit dem Erwachsenen. Sie können eine Weapon, die ein ganzes Settlement verletzt. Die Kollektorien sind schwärm. Keiner kann sich schlafen. Die Kollektorien finden Sie, Sie schlafen Sie. Dann die Monster nehmen Sie weg. Tell mir mehr über diese Kollektorien. Sie finden Sie. Die Kollektorien sind wie kleine Insekten. Sie gehen überall. Sie finden Sie. Sie schlafen Sie. Sie schlafen Sie. Sie schlafen Sie. Sie schlafen Sie, vielleicht. Sie finden die Verwachsenen, dann immobilieren sie mit einem Stasis-Field oder Nerv-Toxin. Ich will wissen mehr über die Kollektorien. Sie wissen nicht mehr über die Kollektorien. Niemand weiß viel. Sie sind so rare, viele Menschen nicht sogar glauben, sie existieren. Und mehr wichtig, warum sie abducken die Kollektorien? Was sind sie nach? Vielleicht kann der Illusiven das herausfinden. Warum die Kollektorien nicht ausführen? Die Kollektorien haben mich nicht gefunden. Die Kollektorien haben mich nicht gehört. Die Kollektorien haben nicht geklärt. Die Kollektorien haben sich nicht verletzt. Vielleicht hat er ihre Enviro-Suit hat ihn auszuladen. Oder sie benutzen technologien speziell für die Kollektorien. Nur die Kollektorien haben sich verletzt. Was passiert? Die Kollektorien haben die Kollektorien auf die Kollektorien und dann haben sie verletzt. Die Kollektorien sind weg. Aber sie werden von mir zurück. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist wahrscheinlich alles, was wir von ihnen ausführen, Commander. Wir freuen uns, was du gesagt hast. Du war sehr hilfreich. Ich habe sie studiert. Die Kollektorien. Die Kollektorien. Die Kollektorien. Ich habe sie mit meinem Omni-Tool. Ich habe viele Rechnungen. Elektromagnetische Energie. Wir brauchen die Kollektorien. Die Kollektorien haben. Ich habe die Kollektorien. Wir holen uns mit dem Kollektorien. Wir holen uns. Was? Vitor ist verletzt. Er braucht eine Behandlung, nicht eine Entfernung. Wir werden ihn nicht verletzt. Wir müssen ihn nicht verletzt. Wir müssen ihn nur sehen, ob er weiß was. Er wird nicht verletzt. Ihr Leute haben uns schon einmal verletzt. Wenn wir ihn mit Ihnen geben, wir werden nicht immer die intel, die wir brauchen. Praza war ein Idiot. Und er und seine Leute haben ihn verletzt. Du kannst ihn nehmen, aber bitte, ich lege ihn. Ich glaube, ich muss ihn nicht verletzt. Es ist nicht verletzt. Ich bin froh, ich bin froh, du bist derjenige. Ich bin froh, du bist da. Ich bin froh, ich werde dir wissen. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Die Quarier haben ihre Erkrankungen von Vidor. Keine neuen Daten, aber es ist eine Überraschung von der Geschichte. Wir haben verschiedene Methoden, aber ich kann nicht mit Ihren Resultaten. Du denkst, dass du gerne mal spielen? Die Diplomation ist großartig, aber es ist schwer, wenn jeder dich bereits als ein Angriff. Aber das ist wichtig, dass du die Erkrankungen hinter den Abduktionen bist. Warum habe ich das Gefühl, dass du schon über sie wusste? Ich hatte meine Erkrankungen, aber ich brauchte Beweis. Die Erkrankungen sind enigmatik, am besten. Sie verabschieden an den Terminus-Systemen, nach dem Terminus-Systemen, nachzudenken unheimlich wichtiges Beziehungsweise für ihre Technologie. Wenn ihre Transaktionen complete sind, sie so schnell wie sie kommen, nach dem Omega-4-Relay. Bis jetzt, wir hatten keine Beziehungsweise von der Erkrankungen von der Erkrankungen. Warum ist der Erkrankung der Erkrankungen unmett? Was wissen wir? Nur, dass keine Erkrankungen über die Erkrankungen nach dem Erkrankungen Unsere Meinung nach ist, dass der Erkrankungen anders reagieren an die Erkrankungen auf die Erkrankungen. Wenn sie die Erkrankungen manipulieren, dann ist das weitere Erkrankungen mit den Reapers. Die Erkrankungen auf die Erkrankungen auf die Erkrankungen haben. Und dann die Erkrankungen auf die Erkrankungen auf die Erkrankungen auf die Erkrankungen und er hat nicht aus dem Welt über eine Jahrzehnte. Er versucht, die Krohgan Klans zu unieren. Was für Tali? Sie hat uns bereits auf die Erkrankungen zu helfen. Das war nicht erwartete. Ich brauche mehr intel vor dem ich zu das. Wo ist Leara Tosoni? Sie ist auf Illium. Meine Säte sagen sie arbeitet für die Shadowbroker. Wenn das, sie kann nicht sein. Okay, ich verstehe. Sie sind nicht ein Leiter, Shepard. Sie werden, die Sie brauchen. Ich habe Stola Specter. Vielleicht kann ich den Council helfen uns. Wenn Sie denken, Sie können sie überzeugen, dann bitte. Sie sind lange nachdem. Dinge haben verändert. Sie sind über die Erkrankungen. Ich werde sicher, dass meine Team bereit ist. Good. Zwei Dinge bevor Sie gehen. nach Omega und finden Sie Morden Solis. Er ist ein brillant Solerian Scientist. Unsere Intelligenz sagen, dass er weiß, wie sie verletzieren. Ich habe noch nicht angefangen, und Sie sagen, was zu tun? Ich gebe Ihnen die Möglichkeit, was Sie mit Ihnen zu tun. Ich bin sicher, dass Sie die richtige Entscheidung machen. Okay. Was ist die andere Sache? Ich habe einen Piloten, ich denke, du magst. Ich sehe, er ist einer der besten. jemanden, du kannst. Hey, Commander. wie in allen Zeiten, wie in allen Zeiten. Ich kann nicht glauben, du bist, Joker. Look, du sprachst. Ich habe viel Glück, mit vielen Strings entstanden. Wie warst du hier? Es ist alles ohne dich, Commander. Alles, was du verletzt, der Kanzel wollte es weg. Die Team wurde verletzt, die Rekord wurde verletzt, und ich war gefeiert. Die Alliante hat die Sache, was mir wichtig. Ich bin mit Serberus. Du glaubst wirklich den Elusiven? Ich glaube, ich glaube, nicht jemanden, der macht mehr als ich. Aber sie sind nicht alle schlecht. Sie hat deine Leben verletzt, ich fliege, und es ist das. Sie hat mir nur gesagt, die letzte Nacht gesagt, und es ist das. Es ist gut, dass du nach Hause bist, Commander. Ich glaube, wir müssen sie einen Namen geben. Go! Okay, ein bisschen abgeschlossen. Okay. Zwei Sachen, bevor ich auf Beenden klicke. Zum einen, das, was wir bei Vitor hatten, das, was uns da auch als Tutorial gesagt wurde, dass man bei Gesprächen hin und wieder mal diese Schnelloptionen hat. Mit rechts oder links klicken für Vorbild- oder Abtrünnigoptionen. Die werde ich immer sofort klicken, wenn ich sie sehe. Also die Vorbildoptionen zumindest. Weil es, äh, manchmal sind die nur ganz kurz da und manchmal hat man im Prinzip noch Zeit da so ein bisschen von einem Dialog mitzubekommen, das da weiterhin geführt wird, bevor man halt mit dieser Option etwas unterbricht. Aber weil ich einfach nie weiß, wie lange die da sind oder ob sie nur ganz kurz da sind, werde ich sie halt immer sofort aktivieren, wenn ich sie sehe. Ich würde zwar gerne immer noch den Dialog mitlaufen lassen, aber wenn es so ein kleiner Timer unten noch dran wäre, wie lange diese Option zur Verfügung stehen würde, würde ich das noch immer bis zum Ende laufen lassen. Aber so muss ich das immer ganz schnell aktivieren. Und weil ich das natürlich mitnehmen möchte. Ähm, und das zweite ist, ich habe jetzt die letzten paar Minuten überhaupt nicht geredet und das werde ich auch so beibehalten. Ich bin hier, um das Gameplay zu kommentieren, nicht um das, äh, um die Zwischensequenzen, um bei Zwischensequenzen und so reinzulabern oder bei Dialogen. Das mache ich deshalb, weil der erste Teil war noch weniger wie ein Film aufgebaut als der zweite Teil, also Mass Effect 2. Und das, was wir jetzt gesehen haben mit, äh, ja, mit unserem Prolog, wie viel da erzählt wurde, mit der Mission auf Freedom of Progress, wie das ja, ich sag mal, durchgescriptet war, so werden die allermeisten Missionen sein. Also viel, viel aufwendiger gemacht als in Mass Effect 1, wo es, wo nur die Hauptmissionen wirklich so waren. Und, ähm, da werde ich natürlich mehr meine Schnauze dann auch halten. Bei solchen Sachen. Und werde ich wirklich nur während des Gameplays und des Rumlaufens. Also, man könnte quasi sagen, solange ich Kontrolle über Shepard habe, kann ich auch reden. Ansonsten bleibe ich ruhig. Okay. 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 Vielen Dank.